Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird wieder Zeit, alle Dupes der letzten Woche gemeinsam in mein Gesicht zu bringen. Und wir haben hier Produkte zu den beliebtesten, teuersten High-End-Produkten, die es auf dem Markt aktuell gibt. Ich habe die Dupes für euch und ich würde vorschlagen, wir hüpfen direkt ins Video. Ich hoffe, ihr seid wundervoll in die Woche gestartet und hattet ein schönes Wochenende. Falls nicht, hoffe ich, dass diese Woche für euch besser wird. Die letzten Tage kamen sehr, sehr viele neue Produkte in die Drogerie. Und das ist etwas, was mir Anfang des Jahres natürlich immer Freude bereitet. Wir haben heute Dupes zu Hourglass, zu Fenty Beauty, zu Glow Recipe, zu Charlotte Tiggery. Wir haben Dupes zu Fenty... Wir haben Dupes und wir starten auch direkt mit dem ersten. Ihr wisst es, ich liebe die Magic Cream. Ich habe gerade das erste Mal gesehen, wirklich das erste Mal, dass auf der Magic Cream mein Name steht. Habe ich vorher noch nie gesehen. Ihr wisst es, ich liebe die Magic Cream tatsache sehr. Wir nehmen die rechte Seite für die High-End-Seite. Ich mag die total gerne unter dem Make-Up, vor allen Dingen zu dieser Jahreszeit. Im Sommer ist sie mir im Moment oder quasi letztes Jahr tatsache ein bisschen zu schwer. Die ist sehr, sehr reichhaltig. Also wenn ihr eine trockene Haut habt, ist das eine tolle, tolle Creme. Okay, 50ml liegen aber bei knapp 50 Euro und das ist natürlich schon eine Stange Geld. Jetzt war ich ganz überrascht, denn vor ein paar Tagen kam von MAC ein Paket. Und ich glaube, ich habe noch nie etwas von MAC in PR bekommen. Unter anderem die Hyper Real Skin Canvas Balm. Das ist eine Creme. Die sieht so aus. Es gibt auch den Oil Cleanser, der ist sehr, sehr gut. Und der Serumizer. Auch den mag ich gerne, den habe ich auch schon benutzt. Der Skin Canvas Balm ist aber wirklich ähnlich. Also auch von der Reichhaltigkeit, von der Dicke her. Und die hinterlassen beide ein ähnliches Finish. Das Schöne bei diesen Cremes ist, dass sie die Haut so krass mit Feuchtigkeit versorgen. Und das Geheimnis der Magic Cream, glaube ich, ist, dass sie die Haut so sehr pflegt, dass sie richtig prall wird. Man muss sie einen Moment einziehen lassen. Ich finde, die von MAC zieht ein bisschen schneller ein als die von Charlotte Tilbury. Die von MAC riecht auch ein bisschen leichter und nicht so stark nach Sonnencreme. Die Charlotte Tilbury hat nämlich einen Lichtschutzfaktor mit drin. Der liegt zwar nur bei 15, dennoch ist das ein Lichtschutzfaktor, auf den einige vielleicht reagieren. Die von MAC hat, soweit ich weiß, keinen Lichtschutzfaktor mit drin. Also steht hier auf jeden Fall nichts mit drauf. Und ist ähnlich formuliert. Hier sind Ceramide mit drin, Niacinamide, Hyaluronsäure und japanische Pfingstrose. Beide hinterlassen auf der Haut ein ähnliches, finde ich. Ihr seht, es ist sehr frisch, es ist sehr glowy. Die MAC Creme ist aber nicht so speckig. Also ich glaube, dass das auch eine gute Creme für den Sommer sein könnte. Wohingegen die von Charlotte Tilbury für mich Tatsache einfach im Sommer zu schwer ist. Es gibt aber auch die Light Version. Und die von MAC liegt bei 25 Euro. Also ihr habt die gleiche Menge für die Hälfte des Geldes. Es ist zwar jetzt kein Drogerie-Dube. Ich wollte es euch aber einmal gezeigt haben, weil ich glaube, dass das vielleicht für die ein oder andere von euch ganz spannend sein könnte. Wenn ihr euch für die Magic Creme interessiert, ihr sagt aber, ey, 50 Euro, Schätzelein, ist mir ein bisschen zu viel. Probiert die mal aus. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich hatte euch in den letzten Wochen ja auch sehr, sehr viele Dupes bei TikTok und bei Instagram gezeigt. Und auch an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für den Support des Contents, den ich da im Moment mache. Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen 20.000 neue Followerinnen und Follower auf TikTok bekommen. Und auch hier auf YouTube sind viele, viele neue dazugekommen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Unter anderem, weil ich euch halt Dupes zeige. Und ich glaube, also Dupes ist halt das, was ich schon immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Und ich auch immer weiter gerne mache, weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns alle irgendwie gut fühlen können. Und Make-Up trägt nun mal dazu ein Teil bei. Und Teilend-Make-Up ist eine tolle Sache. Aber es muss nicht sein. Es ist natürlich keine Pflicht. Make-Up generell ist keine Pflicht. Aber wenn man einen High-End-Finish haben kann zu einem Preis, der wesentlich geringer ist oder teilweise die Inspiration aus dem High-End-Bereich kommt und die Umsetzung in der Drogerie sogar noch besser ist, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Und ich glaube, in der aktuellen Zeit tut das in unserem Geldbeutel auch ganz gut. Ich habe noch was anderes. Das ist von Essence der Hello Good Stuff Glow Serum Primer. Das ist ein sehr, sehr gelartiger Primer. Geht so ein bisschen in die Serum-Richtung und riecht nach Wassermelone. Tatsache ist es ganz komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe gehört, dass irgendwie der Körper sich alle sieben Jahre verändert. Und mittlerweile gibt es so Sachen, die mich nicht mehr so stören wie vor drei Jahren. Beispielsweise Wassermelone oder Banane essen. Konnte ich vorher nie. Im Moment esse ich gefühlt alle drei Tage eine Banane. Also wir fällen dann uns. Auf der anderen Seite hier der Glow Recipe Watermelon Nier Cinemite Dew Drops. Das ist von der Textur, von der Farbe her exakt dasselbe. Der einzige leichte Unterschied, den das Produkt hat, ist, dass der von Glow Recipe noch ein bisschen glowiger ist. Liegt ja auch schon im Namen. Beide sind dennoch sehr, sehr gute Produkte und ziehen sehr schnell ein. Also wenn ihr auf eine gelige Konsistenz steht, so ein bisschen Richtung Milk Hydro Grip Primer, der das Make-up auch so ein bisschen klebrig macht, ist das definitiv was. Ich mag den von Essence sehr gerne. Ich hoffe, dass der im Sortiment geblieben ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ansonsten Empfehlung und ich komme mir vor wie ein Leierkasten, weil ich das gefühlt immer wieder sage, nutzt die Online-Shops von Catrice und Essence. Da ist alles, da sind teilweise noch Limited Editions von vor zwei Jahren, die es nicht mehr in der Drogerie gibt. Aber dort sind sie noch. Also schaut da gerne mal vorbei. Da wird es mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Restposten geben. Als Foundation habe ich wieder das Tinted Serum von Catrice benutzt. Ich liebe das im Moment tatsache sehr. Ich wollte vorher aber etwas anderes machen und zwar Cream Blush auftragen. Und Fenty hat vor einiger Zeit schon die Cheeks Out Blush rausgebracht. Ich habe jetzt hier die Farbe Summertime Wine. Der ist so ein bisschen rötlicher. Elf hat aber sehr, sehr viele rausgebracht. Unter anderem habe ich hier, oh Gott, hier steht gar keine Farbe mehr drauf, doch Tahiti. Der ist ein bisschen heller, aber wenn euch die Cream Blushes von Fenty interessieren und ihr sagt, okay, die würdet ihr vielleicht gerne mal ausprobieren, das ist etwas, was euch interessiert, probiert die von Elf aus. Da gibt es Konturfarben von, da gibt es Bronzerfarben von, da gibt es wirklich alles von. Und ich mag die Texturtatsache sehr gerne. Die sind nämlich nicht zu cremig, sondern ihr könnt einfach ganz leicht damit arbeiten und die sind pigmentiert. Das Schöne ist, auch wenn ihr eine ölige Haut habt, ist das ein Cream Blush für euch, der vielleicht etwas für euch sein könnte, weil der nicht so einen schmierigen Film hinterlässt, wie gesagt. Das ist oft bei Cream Blushes so, dass die so ein bisschen öliger sind. Und wenn ihr vor allen Dingen in dem Bereich eine unreine Haut habt oder so, sieht das immer nicht ganz so schön aus. Das ist ein, ich würde ihn nicht als matt bezeichnen, aber er ist so ein bisschen pudriger und man muss ihn tatsächlich auch nicht double fixen. Also double fixen heißt in dem Fall, ihr nehmt einen Cream Blush und müsst dann nochmal mit einer ähnlichen Farbe, wenn ihr es hätten wollt, rüber gehen, weil er sonst durch euer Puder abgedeckt wird. Auf der anderen Seite nehme ich jetzt den von Fenty. Der ist, wie gesagt, ein Stückchen dunkler. Von der Textur her sind die aber gleich. Bin jetzt auch ganz bewusst extra erst mit dem Blush langgegangen, weil ich finde, dass es dann so ein bisschen natürlicher wird, wenn ich mit dem Concealer rübergehe. Wie gesagt, probiert die Alf Putty Blushes aus. Es gibt eine Vielzahl davon und es gibt mit Sicherheit auch noch ein 1 zu 1 Farbduke zu den Fenty Produkten. Das ist ja oft so. Ich hatte neulich einen Kommentar gelesen, ja, dass sie das jetzt als bezeichnet, dass die Firmen Produkte dupen. Ich dachte mir so, okay, aber that's the business. Also das ist ja überall so. Aldi macht das auch mit den Kinder-Schokobons und Lidl macht das mit dem, wie heißt dieser Joghurt, Paulas Joghurt. Also das ist etwas ganz Normales und ich finde das auch nicht schlimm und ich finde, wir sollten da auch einmal nochmal ganz kurz darüber reden, während ich den Concealer auftrage. Ich finde, dass wir irgendwie allen die Möglichkeit ermöglichen sollten, Produkte zu erwerben oder ein bestimmtes Produkt zu haben und ich meine klar, der Paulas Joghurt schmeckt halt auch gut, aber der von Aldi tut es halt manchmal auch. Und ich glaube, dass viele sich schämen oder mittlerweile und das möchte ich nicht, dass ihr euch dafür schämen, wenn ihr Joghurt kauft, weil der sagt, 50 Euro für ein Blush ist jetzt einfach nicht drin. Ihr findet ihn aber schön und euch interessiert der. Ihr sagt aber, okay, 4 Euro kriege ich vielleicht hin diesen Monat. Schäbt euch doch nicht dafür. Ich habe das schon mal erzählt, ich habe mich früher, als ich noch jung war, ich habe gar kein Geld gehabt und habe halt immer, wenn ich mir was zu essen gekauft habe, ja, Produkte gekauft. Ich habe mich dafür immer geschämt. Und jetzt, 5, 6, 7 Jahre später, denke ich mir so, bist du denn bekloppt? Bist du denn das wahnsinnig? Was ist daran schlimm? Und dasselbe gilt für Maker. Kauft das, wo ihr denkt, es erfüllt euch und es erfüllt euch mit Freude. Oder kauft das, was euch satt macht. Alright, Base ist einmal drauf. Ich fixiere das Ganze nur ganz, ganz leicht unterm Auge erstmal an und möchte dann mit euch etwas ganz, ganz Besonderes benutzen. Und zwar ist das die Holiday Skin Palette von Catrice. Die ist, nennen wir es mal, inspiriert von der Charlotte Tilbury Filmster Bronze & Glow Palette. Die kostet verdammte 65 Euro. Da ist natürlich auch eine Menge drin. 16 Gramm sind hier mit drin. Und hier sind 5,5 Gramm mit drin. Ich habe die jetzt seit, glaube ich, 3 Jahren und ich komme nicht ansatzweise zum Ende. Ich nehme jetzt einen fluffigen Pinsel und gehe erst in die Charlotte Tilbury Palette. Ihr werdet, den einzigen Unterschied, den ihr sehen werdet, ist, dass der von Catrice pigmentierter ist. Und mehr halt auch nicht. Dadurch, dass ich meine Base jetzt nicht gesettet habe, bin ich nur ganz, 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 ganz leicht und stempele wirklich nur hier so ein bisschen hin. Und ihr habt ein sehr, sehr schönes... Oh Gott, meine Haare Freunde, da müssen wir auch nochmal einen anderen Tag drüber reden. Ein sehr, sehr schönes konturiertes Ergebnis. Das ist so eine Mischung, würde ich sagen, aus Bronzer und Kontur. Ich habe den von Charlotte Tilbury sehr, sehr gerne gemocht. Ich benutze den auch. Ich werde den auch weiter benutzen. Also, auch das ist so ein Ding. Ich habe das Gefühl, ich muss mich im Moment sehr, sehr viel rechtfertigen. Das macht mir schon zu schaffen. Ich glaube, ihr habt es auch gemerkt. Die letzten Wochen auf Instagram war bei mir wirklich nicht viel los, weil ich mich einfach so ein bisschen zurückgezogen habe. Unterbewusst, glaube ich. Und dann irgendwann bewusst, weil ich gedacht habe, für alles, was ich tue, muss ich mich gerade rechtfertigen. Und das gefällt mir im Moment nicht so. Und es ist jetzt wieder besser geworden. Ich bin ja jetzt auch wieder etwas aktiver bei Instagram. Ich probiere halt den Fokus, glaube ich, gerade so ein bisschen zu verlegen. Aber auch das ist nochmal ein anderes Thema. Auch YouTube ist gerade nicht das, was es mal war. Nicht unbedingt von den Aufrufen her, sondern von der Art und Weise des Contents, der konsumiert wird. Also, es wird anders gerade so ein bisschen bewertet. Nichtsdestotrotz, ich nehme einen sauberen Pinsel und gehe in die von Catrice. Wie gesagt, die ist pigmentierter und ein Stückchen wärmer. Ihr habt aber am Ende das ähnliche Gefühl. Und vor allen Dingen, und das ist das Krasse, hier ist ja noch ein Highlighter mit drin. Der Bronzer ist, Gott sei Dank, matt. Ich mag das ganz gerne, so ein bisschen zu mischen. Der von Charlotte Tilbury ist nämlich schimmernd. So ein schimmernder Bronzer. Und wenn ihr beide gemischt habt, habt ihr wirklich dieselbe Farbe. Ihr könnt dann auch einfach den Highlighter benutzen und euch so ein bisschen punktuell auftragen. Das ist ein sehr, sehr schöner Highlighter übrigens. Auf der anderen Seite den von Charlotte. Ja, also es macht nicht so viel Unterschied. Die Base ist fresh. Ich habe noch was von Catrice. Ihr merkt das, ne? Aber ich dachte, ich zeige euch es wirklich auch nochmal in einem Long-Format ganz direkt. Wir haben einmal den Chic Lover Marble Blush. Ich liebe den. Ich habe den tatsächlich schon gesehen, als ich bei Catrice war, um meine Palette zu planen, dass der rauskommt. Wunder, wundervoller Ton. Der ist so ein bisschen pinky, sehr pigmentiert. Deswegen auch den tupfe ich nur ganz leicht mit rüber hinter... Ja, ganz leicht mit rüber, ne? Also der ist schon... Der hat... Der hat einen... Der hat einen Effekt. Und ich habe auch... Seht ihr, es geht wieder los. Es tut mir leid, Freunde, dass es heute so ein... Kein Mecker-Video ist, ne? Aber ich hatte einen Kommentar unter dem Video von dem Chic Lover und dem Hourglass Tube. Hier übrigens von Hourglass. Das ist der Strobe Blush Vibrant Heat. Und eins zu eins dieselbe Farbe. Die der Meinung war, dass das Quatsch wäre, dass das nicht stimmen würde. Dass der von Catrice nicht so lange hält wie der von Hourglass. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie ihn schon getestet hat. Und dann meinte sie, ne. Und dann dachte ich mir so, okay, du sagst, es stimmt nicht. Du unterstellst mir, dass ich etwas falsch aussage. Aber du weißt es nicht. So, come on. Was ist los? Habt ihr auch das Gefühl, dass es bei euch im Moment so ist, dass ihr euch öfter rechtfertigen müsst und öfter komisch irgendwie angegangen wird? Oder geht es nur im Moment mir so? Es tut mir echt weh, weil ich bin der Meinung... Wow, ganz anderes Thema heute. Ich bin der Meinung, dass ich mir immer sehr, sehr viel Mühe gebe mit meinem Content. Und ihn so inklusiv und so offenherzig zu machen wie möglich. Und dann gibt es natürlich immer Leute, die das nicht mögen und so. Das ist gar kein Problem. Und ich rede auch nicht von Hatern, die mich beleidigen, sondern ich rede wirklich von Leuten, die so ein bisschen Unzufriedenheit auslassen. Und das tut mir wirklich weh, weil ich der Meinung bin, dass das hier nicht so viel Platz hat. Rambling-Video überhaupt. Aber ich glaube, ihr seht, was ich meine. Ich habe hier vielleicht 50 Euro und hier sind wir gefühlt schon bei 500, wenn man auf den Neu-Einkaufspreis rechnet. Und das Finish ist tatsächlich wirklich gleich klar. Es gibt immer so ein paar kleine Farbunterschiede. Und hier ist ein bisschen mehr Schimmer drin als da. Aber der allgemeine Eindruck. Wenn ihr es nicht wissen würdet, und das ist ganz spannend zu wissen, wenn ihr nicht wissen würdet, dass ich auf der einen Seite Drogerie-Make-up, aber auf der anderen Seite High-End-Make-up benutzt hätte, ihr würdet keinen Unterschied feststellen, oder? Für die Lippen habe ich noch etwas ganz, 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 ganz krasses. Das fühlt mir wie Schuppen von den Augen. Fenty hat diese Lip-Bullets rausgebracht. Das ist die Farbe Rowdy Rowdy. Ich liebe den. Ich liebe ja dunkelbraune Lippen. So dunkelschwarz, dunkelrot. Dieses bisschen grungy. Wunderwundervolle Farbe. Auf der anderen Seite benutze ich von Milani die Farbe 460 Essential. Exakt dieselbe Farbe. Wahnsinn, oder? Das ist schon krass. Also meine Dupes sind ja immer so ein bisschen ähnlich, aber vor allen Dingen bei Lippenstiften ist es schwierig, exakt dieselbe Farbe zu finden. Und würdest du mir jetzt beide Lippenstifte swatchen oder hinlegen, und ich müsste sagen, welcher ist welcher, könnte ich nicht. Als Mascara haben wir auch hier noch zwei Schätzchen. Auf der High-End-Seite benutze ich die Anastasia Beverly Hills Lash Brack Mascara. Tolle Mascara, riesen, riesengroßes Bürstchen. Ich gehe nur ganz leicht durch, weil die sehr, sehr viel Wimper macht und ich immer nur so ein bisschen haben möchte. Geht schnell, hält super, super lange. Auf der anderen Seite von ELF. ELF hat sich auch so ein bisschen zur Dupe-Marke entwickelt. Finde ich persönlich super gut. Das ist die Big Ego Mascara. Das Bürstchen ist eins zu eins dasselbe und selbst das Finish ist literally genau das gleiche. Freunde der Sonne, ich liebe es. Die Base ist wundervoll. Sie ist frisch, sie sieht gesund aus. Ich liebe diesen Lippenstift. Ich hoffe, kennt jemand jemand, der mir schöne Lippenstifte produzieren kann für meine Beauty Brand? Text me. Ich habe so viele tolle Ideen und ich will ganz besondere Lippenstifte haben. und ich liebe diese dunklen Vibes, Freunde. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video sagt. Ich bin mal gespannt, wie ich das Video nenne, ob ich es in Realtalk und Dupes oder Dupes und dann aufs Family schreibe plus Realtalk. Tut mir leid, dass ich das so ein bisschen erzählt habe, aber ich glaube, wir sind ja eine Familie und wir sind ja ein Team und ich glaube, es ist wichtig, dass ich transparent mit euch bin, wie es mir gerade geht und was ich so gerade denke. Und ich hoffe, ihr findet das gut. Freunde, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.